Jerry Fletcher Manche würden seine Theorien verrückt nennen. Sie behaupten, die NASA will den Präsidenten der Vereinigten Staaten durch ein Erdbeben töten. Nicht gerade etwas, worauf sich ein Spitzenagent vom Secret Service einfach so stürzen sollte. Er schreibt sie in einer Broschüre, Neda. Das ist die dritte Ausgabe in diesem Jahr. Verschwörungstheorie. Und verschickt sie. Ich fühle mich irgendwie so nackt. Können wir von hier verschwinden? Bitte sagen Sie mir, dass Sie nicht wirklich nackt sind. Das war bildlich gesprochen. Können wir abhauen? Sie ist der einzige Mensch, dem er vertraut. Ich liebe Sie, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Jerry, Sie lieben mich nicht. Nicht? Doch eine seiner Visionen ist wahr. Haben Sie Beweise dafür? Absolut keine. Er weiß nur nicht, welche. Durch meinen Artikel muss jemand nervös geworden sein. Aber seine Feinde wissen es. Wie viele Abonnenten haben Sie? Fünf. Hören Sie. Ihr seid tot? Ich muss Jerry finden. Bingo. Ich hab ihn. Da ist er. Alles, was Sie da erwähnen, haben Sie Jerry angetan. Jerry ist sehr gefährlich. Was wollen Sie tun? Ich muss ihn finden, sonst findet er mich. Er fährt auf die Brücke zu. Von Natur aus bin ich nicht gewalttätig. Wenn Sie Alice wehtun, töte ich Sie. Was tun Sie da oben? Ich zünde mein Haus an. Kurze, schnell! Stehen bleib! Hier, dann laufen Sie! Jerry! Fletchers Visionen. Regie Richard Donner.